An der Arbeit gefällt mir, dass ich selbstständig bin, dass wir innovative Sachen machen und dass wir viel Abwechslung haben. Wer zu uns ins Team kommt, muss Interesse, Fingerfertigkeit, Haustauern, ja eben das Interesse vor allem. Man muss viel Interesse haben. Ich bin sehr dankbar, dass die Firma recht sozial ist. In 25 Jahren hatte ich immer ein gutes Verhältnis zu dieser Firma und hat sich jetzt in letzter Zeit noch ein bisschen gesteigert. Man muss sich doch ein kleines wenig befassen und ich sage immer wieder, ich kann mich immer noch mit der Firma und mit dem Produkt identifizieren. Das Team, da kann ich Folgendes sagen, das ist eigentlich sozusagen ein Spiegelbild. So wie ich mich benehme, so bekomme ich es auch wieder zurück. Da hatte ich am Anfang, muss ich ganz klar sagen, große Probleme, denn ich bin ehrlich gesagt, eigentlich ein sehr verschlossener Typ gewesen, nicht so kommunikativ. Aber es hat sich in den letzten Jahren immer, wurde es immer besser und ich habe gemerkt, das sogenannte Feedback, jetzt ist der Druck so weit, dass er sich wirklich anständig benehmen kann. Jetzt ist er offen und so wie ich es gebe, bekomme ich es aber auch wieder zurück. Wir haben einen sehr direkten Kontakt nach oben. Also ich muss sagen, auch das Verhältnis Mitarbeiter und Vorgesetzte. Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin sehr zufrieden. Und der Spruch lautet lebenslanges Lernen und ich pflege zu sagen manchmal, ich bin jetzt im 38. Lehrjahr.